Hallo und herzlich Willkommen bei RedDogGamble Lona und ich, wir wollten jetzt für Deutschland fürs Indonesien das Spiel Welt der Reisen oder Weltreise spielen und bevor wir spielen, wollte ich es einmal kurz vorstellen. Das ist ein Spiel von zwei bis sechs Spieler. Ab acht Jahren dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Pack ich mal aus, was da drin ist. Die Spielanleitung, ein Spielbrett, sechs Spielfiguren mit den Start- und Ziel-Fähnchen, halt in den Farben, die wir spielen wollen. Lona dich wollen rot und grün spielen, ich grün, Lona rot. Dann gibt es da neun graue Fähnchen, die Sonderziele anzeigen, ein Würfel, einmal rote Stadtkärtchen, grüne Stadtkärtchen, Orangene Stadtkärtchen und Flugtickets und Aktionskarten. So, das ist erstmal der Inhalt, den man für das Spiel braucht. Ich werde das Spiel jetzt einmal kurz aufbauen. So, damit ihr seht, das ist die Weltkarte. Upsala, das war die Kamera. Das ist die Spielkarte. Am Anfang sieht jeder Spieler eine Startkarte. Laut den Spielregeln ist es der erste Spiel dann im Trot, weil die Erde ist hier in drei Teilen unterteilt. Einmal in rotem Bereich, grünem Bereich und orangenem Bereich. Lona und ich spielen das so, wir suchen uns immer einen Bereich aus. Entweder grün, rot oder orange. Grün, rot oder orange. Sollen wir uns aus. Und dann ziehen wir von den Haufen halt ein. Das Ziel von dem Spiel ist es, seine Reiseroute, seine Spielkarte abzuarbeiten. Die brauchen wir nicht. Den Würfel brauchen wir noch. Flugtickets braucht man dann noch. Und die Aktionskarte. So. Also, ich sag jetzt mal, Lona möchte gerne in orange anfangen. Dann zieht sie von Stapel eine orangen Karte. Das verjetzt sie. Tokio. Dann müsst sie ihr Fähnchen und ihr Stadtfigur auf Tokio stellen. Über Tokio oder über die Städte, die es hier drauf sind, gibt es hinten eine kleine Geschichte, was man darüber wissen kann, möchte. Also ein bisschen Information ist auch bei dem Spiel dabei. Ist ganz interessant. Ich sag jetzt mal, ich würde von rot bei rot anfangen. Das wäre dann La Paz. La Paz ist hier vorne. Chile oder? Ach, Bolivien. Ja. Ich würde dann hier anfangen. Ich müsste dann noch, noch, also wenn jeder seine Spielkarte gezogen hat, muss man danach, jeder Spieler für sich, nochmal, ich müsste zwei rote ziehen, drei grüne, drei orangene Karten. Also, ich mache das jetzt mal von oben. Zwei rote, drei grüne und drei orangene Karten. Also, ich mache das jetzt mal von oben. Zwei rote, drei grüne und drei orangene. So. Ich müsste jetzt nach einer beliebigen Reihenfolge, wie ich möchte, ich kann zum Beispiel Mexiko-Stadt, dann die, dann die, die, dann die ganzen grünen, dann Tokio am Ende, wie auch immer, kann ich mir die Stadtreihenfolge aussuchen, wie ich die abarbeiten möchte. Auf jeden Fall ist, wer als erstes hier losgeflogen ist von seinem Ziel, von seinem Startziel, aus Tokio, von Laplace, seine Ziel abgearbeitet hat und wieder zurückkommt, dann ist das Spiel vorbei. Das sind die Hauptstädte, die man sammeln muss. Neben den Hauptstädten gibt es noch Nebenstädte. Hier unten sind neun Felder eingezeichnet. Da macht man dann drei rote drauf, drei grüne, drei orangen. Und wo die Städte sind, packt man jeweils mal ein graues Fähnchen. Zum Beispiel hier ist Chicago. Chicago finde ich ganz schnell. Das ist hier oben irgendwo da. Chicago. Und dann Havanna. Havanna ist doch hier vorne irgendwo da. Und Salt Lake City. Salt Lake City. Salt Lake City. Wo sind das? In Kanada? Ah, hier. In Amerika. Und hier. Ich könnte noch nebenbei diese einsammeln, weil am Ende des Spiels nicht, wer jetzt erst seine Karte abgearbeitet hat, sondern wer jetzt erstes oder wer am meisten Punkte hat. Einzigste ist nur, wenn einer hier losliegt, wie er zurückkommt, ist das Spiel vorbei. Dann kann keiner mehr weiterziehen und dann, wenn die Karte abgezählt, wer die meisten Karten hat, hat gewonnen. Also man könnte auch zum Beispiel hier mit anfangen, sich die ganzen grauen Kärtchen erarbeiten und eine Stadt von sich holen. Und einer hat nur seine Sachen abgearbeitet. Dann hast du halt nur gewonnen, weil du natürlich mehr Karten hast. Weil höchstens kann mit seinen Karten nur 8 Punkte erreichen und die grauen Karten sind schon mal 9 Punkte. Das ist halt zum Spiel, wie man das ungefähr jetzt so spielt. Dazu gibt es immer noch eine Besuchungskarte. Ah ne, das ist eine Einladekarte. Wenn ich die Karte ausspiele, dann kann ich Lohna von mir holen. Wenn ich so eine Karte habe, dann kann ich nach Lohna reisen. Und wenn ich die Karte habe, kann ich eine Karte von mir weggehen und eine neue ziehen. Ich kann sie mir dann aussuchen. Ich kann mir die, wenn ich eine grüne austauschen möchte, lege ich die grüne weg. Und dann ziehen wir halt, oh scheiße. Und dann darf ich mir drei neue grüne, ich sag mal, die lege ich weg. Dann darf ich mir drei neue grüne ziehen und von denen darf ich mir eine aussuchen. So dass ich halt am Ende wieder meine 8 in Klammer 9 Karten habe. Ich habe ja eine Startkarte in Rot gehabt. Dann noch zwei Ziele in Rot. Drei Ziele in Grün, drei Ziele Orange. Also müsste ich dann am Ende wieder neun Städte haben. Das war jetzt eigentlich so alles in Schnelldurchgang. Wie das geht. Wenn ich meine Figur bewege, darf ich nur auf den roten Linien bewegen. Wenn eine gestrichelte Linie kommt, brauche ich ein Flugticket. Ein Flugticket kriege ich immer, wenn ich auf oder über einem weißen Feld laufe. Davon gibt es sieben Städte. Das ist einmal hier Quitti, Chicago, Berlin, Enjinjamena, Sydney, Hongkong und Novosibirsk. Oder wie man das ausspricht. Man muss immer seine Aungstzahl, die man würfelt, bis zum Ende setzen. Wenn ich eine 1 gewürfelt habe, warte mal, bei einer 1 war es glaube ich. Ich darf eine Karte ziehen. Eine Aktionskarte. Das weiß ich gar nicht mehr. Würfelt der Spieler eine 1? Wenn ich eine 1 würfel, darf ich mir eine Karte ziehen. Ansonsten habe ich gerade eine 2 und eine 4. Ich muss jetzt die 4 Punkte alle abarbeiten. Ich kann über ein Ziel reisen. Wenn ich hier stehe, muss ich nach Paris um eine Stadt zu besuchen, weil ich eine Karte davon habe. Dann gehe ich über Paris, lege die Stadt weg, habe noch 3 weitere Züge und reise 3 Felder weiter. Das ist eigentlich alles. Mit 1 kriegst du die Aktionskarte. Flugticket kriegst du nur auf die weißen Felder. Und sonst musst du doch mal deine Punktzahl abarbeiten und senst du deine Punktzahl abarbeiten. Um von einer Stadt zur anderen, statt zu fliegen, zu fliegen, zu fahren, wie auch immer. Jo. Das war die kleine scanste Spielerklärung. dann geht es gleich weiter mit den Spielen bis gleich